Hallo, ich bin Susanne Freudenberger und ich möchte heute über meine Erfahrungen mit der Instant Change Methode berichten. Ich hatte meine drei Sitzungen bei der Conny Kajka-Meyer und ich war erst ein bisschen skeptisch. Ich hatte zuvor an dem Tagesseminar teilgenommen, das online veranstaltet wurde und ich war eigentlich vormittag schon überzeugt von dem, was da erzählt wurde. Trotzdem gab es einen Teil in mir, der einfach skeptisch war. Nichtsdestotrotz, ich kenne die Conny einfach schon etwas länger und ich habe ihr vertraut und habe mich intuitiv für diese Instant Change Sitzungen angemeldet, habe die gebucht. Ja, und was soll ich sagen? Ich bin mehr als angenehm überrascht. Es war magisch. Also ich habe auf Körperebene gespürt, dass da etwas passiert. Ich habe schon nach der ersten Sitzung gemerkt, dass irgendwie eine Last von mir gegangen ist, wurde leichter. Ich habe mehr Kraft in mir gespürt, mehr Zuversicht, mehr Mut, es einfach zu tun, was ich tun möchte. Und ich war aber auch sehr müde nach der ersten Sitzung. Ich habe also mir danach wirklich Zeit gegönnt und habe mich ausgeruht und habe dann eigentlich den Rest vom Tag mehr oder weniger auf der Couch verbracht, was auch gut war. Okay, dann kam die zweite Sitzung und bei der zweiten Sitzung habe ich gemerkt, danach kam ich echt in den Prozess. Also innere Aufräumarbeiten haben da nochmal stattgefunden. Und nach der dritten Sitzung merke ich wirklich, es tut sich was. Also die letzte Sitzung ist jetzt schon zwei Wochen her und es tut sich was. Es wird immer freier, immer leichter, ich bin mutiger, ich gehe mehr in die Sichtbarkeit. Also es war mir wichtig, in meinem Business einfach noch mehr in die Sichtbarkeit zu gehen. Und all das passiert gerade und ich traue mich wirklich, ich zu sein. Also ich habe viel mehr Power in mir, Leichtigkeit, Freude. Ja, ich bin einfach ich. Ich bin in meiner Energie und ich würde es wirklich jedem empfehlen, so eine Instant Change, dieses Instant Change Coaching zu buchen. Überhaupt bei der Conny, denn sehr viel Wissen lässt er da noch mit einfließen von sich. Also ich habe mich total gut aufgehoben gefühlt. Meine klare Empfehlung, Instant Change ist einfach der Hammer, der Knaller und ich würde es dir empfehlen, es zu tun.